ja es ist immer so ja das problem leider können wir keine baustrahler bauen wir uns mal kurz die gegend ausleuchten ich würde ich würde ja gern mal so ein sperr finden ja okay da wie gesagt so manches habe ich noch nicht so ganz groß und hier kommt dann schwacher sperr ich habe auch das sperrnummer gebaut man noch mal ein bisschen hier die lebensmittel vorräte auffrischen warum das dunkel gerade aber sich ganz schön aufgefallen dass sie sagt rapide dunkel wird ein bisschen dämmerung dann direkt dunkel kommende mutter schüttel ist da herr vollmund so so Ha, kleines Fleischstück gesammelt. Warte doch hier gerade noch. Da. Jetzt rennt er hier im Kreis. Jetzt stehen hier zwei und versuchen. Was schaltet ihr gerade? Hier rennt so ein Dings rum. Echse. Und wir haben die gerade versucht zu fangen, weil die vor uns im Kreis gerannt ist. Okay. Ach, da sehe ich es nicht. Verstehe ich. Hier steht übrigens auch noch Essen, wo ich jetzt gerade stehe. Also wir haben eigentlich mehr ziemlich genug. Wo ist denn eigentlich ein Projekt, wo noch Seil gebraucht wird, weil ich hätte noch. Hier hinten. Richtung Strand da. Ist eine Seilbahn. Alter. Ich hab sie. Ich hab nur gewartet, bis sie kamen und dann ein Schuss. Jetzt zieht doch mal gerade den Wind auf. Das war wirklich ein Schuss, den ich gerade gesetzt habe. Ja. Warte mal kurz. Habe ich ein Exe noch? Ne. Ich hab ein Exe noch nicht gehabt, ne. An einer von den Absturzstellen. Ja, die liegen an mehreren Stellen. Aber ich glaube, das Cockpit ist ja abgerissen, ne? Ne, ist aber immer das gleiche. Immer dieses Heckteil mit den Koffern drumherum. Aber da kannst du mehrere von finden, weil es gibt ja auch mehrere Spawnpunkte. So, Haselfell habe ich. Wo ist das Haselfell hin? Mir ist kalt, ich geh mal ins Gebäude. Ah, hier. Oder? Ja. So, dann habe ich das hier fertig. Wir haben einen neuen Speicherpunkt. Und zwar jetzt immer Haus, wir müssen nicht mehr raus. Ich mach mal kurz ein Save. So, dann mach mal. Hier können wir nämlich ja noch schlafen. Mhm. 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 So. So. Haben wir noch ein Trophäen-Dings? Welche Trophäen? Echsenkopf. Die haben wir schon. Den haben wir hier unten schon hängen. Nein, doch nicht. Wir haben jetzt einen Hasen, Echse, eine Gans, ein Eikönchen und ein Resen. Ei, ei, ei. Dann hoffe ich mal, dass die Peter die Folge nicht sieht. Wir haben wohl die Tiere da mal denkt. Ja, ich habe gerade den nächste Exel geholt. Und wegen Fleisch und so auch. Ja, wir brauchen ganz dringend Rehfelder. Ja, Rehfälle. Und zwar noch. Fünf. Ja, ich habe nur Echsen hier gerade. Nein, ich brauche aber Hasen. Hasen, Rehe, ja. Da scheint wieder eine Wand fertig geworden zu sein gerade. Hm, meine Tür ist sozusagen fertig. Ja, ich glaube schon. Ein oder zwei. Okay, ich bin so gerade bei mir. Okay, ich bin so gerade dran. Jetzt bin ich jetzt reklamiert. Ich würde meine ich jetzt mal dabei. Und so ganz schön. Da bin ich dabei. Beide. Ich bin ich. Und dann haben wir hier ein paar Tage. Ich bin so auch gerade dabei. Und ich bin so gerade dabei. Und dann kommt das Auto aber einfach. Und dann kommt das ein bisschen. Und dann kommt das überall. Und die Couch ist unten. So. Ich bin eigentlich gerade ein bisschen auf Jagd, aber ich finde keine Hasen, weil ich brauche Hasenfälle. Haben wir noch eine, eine haben wir noch. Im Helden ist es doch nicht einfacher. Das war schön unter. Da ist wieder irgendwas unterwegs. Da war aber noch eins, was hier irgendwo rumgerannt ist, oder? Ja, das ist in Richtung den Mutanten gelaufen. Super, jetzt wird es auch noch zu gewittern. Du bist immer noch da hinten unterwegs. Ja, ich sehe es gerade. Wir kriegen Besuch, Leute, wieder mal. Dann rein ins Gebäude, würde ich sagen, oder? Können wir, können wir, können wir. Eigentlich müssten wir sie anlocken vor das Gebäude. Wenn sie dann vor dem Gebäude stehen, können wir das Fenster holen. Ja? Wow. Ja. 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 Krassi, ne? wir haben auf jeden fall mehr als besuch wir haben minimum vier herumrennen also zwei groß auf jeden fall und zwei kleine kleine rennt ich weiß ich hab sie nicht mehr viel getroffen ja fünf sind drei kleine und zwei großen sabrina lebt echt geschadet ja ich habe gerade was anderes im blick ich glaube ich habe gerade einen von den also ein habe ich glaube ich getötet mit meiner schädel jawohl das war wichtig bei denen weil er auch gerade auf mich hin wollte Ja, 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 hau ab von mir. Ich hab dir nichts getan. Ich hatte nichts mit deiner Mutter, äh, mit deiner Schwester, wie auch immer. Oh ja. Ich bin schon da, warte, warte, warte. So, warte, schön. Einer ist, glaube ich, noch da, oder? Nee. Nee, warte. Äh, ich glaube, der... War der ganz große, hat er den schon? Ist der tot? Einen hab ich getötet. Ja, hab ich grad getötet. Ich grad bei mir hab. Sehr gut. Hier ist noch ein bisschen was zum Grillen, falls gebraucht wird. Hm. Ich schläge noch mal ein bisschen Power nach. Hm. Also die Schädeldinger, die brennen weiterhin. Dann ist er tot. Das ist voll das Nest, ja. Ja. Hm. Hm. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich war noch ein paar Bäume sammeln, aber da hinten läuft es nicht so viel Großes rum. Ja. Äh... Ich bin am Steg. Ich ziehe mich gerade zurück. Warte mal. Theoretisch schon. Oh, da fallen einfach mal drei Bäume um. Ja, geil. Oh, ich werde angegriffen. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich kann mich nicht umdrehen, weil... Ja, ich bin schon mit dabei hier. Ich muss die Tür zumachen. Sorry, dass ich jetzt gerade da mal eben fast jemanden ausgesperrt habe. What the fuck? Das war so ein kleiner überraschender Angriff gerade. Ich war damit gar nicht gerecht. Ich habe auch gerade mal noch einen Bambi getötet und hänge jetzt mal hier noch ein bisschen Bambi-Fleisch hin. Oh, das war super. Brüder Fell mit. Habe ich auch. So, ist auf einer der Sofas angefügt. Ja, sehr gut. Jawohl. Die haben eigentlich keinen Platz mehr für Hasen, für Fleisch. Ich wundere mich gerade ein bisschen. Also diese Steißschlicken, die stehen ein bisschen im Weg. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Okay. Kam gerade so ein Riesenvogel hier durch mein Zimmer geflogen und macht und so... Wumf, wumf, wumf. Alter, was ist jetzt los? Nice. Ach, jetzt weiß ich wieder genau. Ich hatte gerade überlegt, was wollte ich denn jetzt nochmal für einen Bauplan setzen? So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo das Hasenfell hinkommt. Jetzt fehlt immer noch ein Hirschfell. Warte, so ein Riefel. Was hat sich denn die Hasenfälle hingewiesen? Hä? Jetzt fehlen offiziell noch zwei Hasenfälle. Aber wo kommen die hin? Wisst ihr das gerade? Bei mir hier oben ist ein Bett. Also ich habe mir hier oben ins Zimmer noch ein Bett gestellt. Ah, warte mal. Okay, dann komme ich da hoch. Dann mache ich das gerade. Ja, bin sofort unten und baue weiter. Ich stecke ja mal durch die Wand. Guck. Ja. Tu das. Tu das. Ja. So, jetzt fehlen noch... Ja. So, wie war das mit den Stöcken? Wie kann ich Pfeile machen? Federn, okay. Na gut. Habe ich so viele? Okay. Nee, ich habe leider keine Federn mehr. Hier sind noch Pfeile im Pfeilkorb. Okay, da komme ich jetzt. Ja, da komme ich hin. Ich brauche mich ein bisschen. Ich brauche mich mal ein bisschen ein. So, mal 30 Pfeile rausgeholt. Ich gehe jetzt ein bisschen auf Jagd. Ja, da kommt ein Holzschirm durch die Tür. So, du bist da. So, hier eigentlich auch dann wieder eine Decke obendrauf oder noch ein Stockwerk? Oder... Wir könnten auch noch einen Stockwerk draufbauen. Wie gesagt, euer Vater, sie sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben wieder zwei große. Ich bin sofort mit draußen. Wobei die mich gerade so ein bisschen in Ruhe lassen. Also, ich bin ja auch jetzt auf die andere Seite gewichen. Ja, zwei Stück. Ich höre nur die Kampfschreie. Könnte auch die Brünftschreie sein. Sind paarungsbereit oder so. So. hier noch baumstimmungen anscheinend nicht ich glaube sind gerade auch keine hasen und tue wieder habt ihr gut alle meine federn schreiben gut allemal der aqua mann der schreibe alle maler aqua war er schreiben gut ja war cool die werbung damals aqua maler zeit gibt sie überhaupt noch weißt du besser so mehr aber hier noch kragen das ist ja wie keine ahnung 90er oder so ja ja weil ich habe den hasen komme ich sage ich meinen echten hasen wo ist klaus das ist also die kleine anna komm ich zeig dir mal echten hasen ja gut in den werbung klingt lustig aber sie hat tatsächlich einen ersten hintergrund ja das ist die kino werbung auch fernsehwerbung was naja ich kenne aus dem kino tatsächlich aber ja ich will schon sie hat wieder durchaus nach oben ja im herzen hintergrund aber wir haben hier so ein komisches dorf von den nebenan deswegen kommen die auch immer wieder ja ihr habt euch wirklich ein sehr schönes plätzchen ausgesucht ja ich habe es gemerkt hier ist gut wobei ich gerade wenn man dann noch ein hasen brauche ich noch her Wenn ja 1 1 1 2 2 2 2 4